Hey YouTube, herzlich willkommen zum großen Sonderspezialbeitrag zu Red Bull Boranskrohe. Die Sportschau hat da ganz aktuell einen Artikel veröffentlicht, das Warten auf den neuen Star. Im Kurvenepool wird es wohl definitiv nicht, trotz den 4 Millionen Euro Jahresgehalt, die da im Raum standen. Aber löst so eine geforderte Topverpflichtung von der Sportschau überhaupt die Probleme der Mannschaft oder haben die nicht ganz andere Baustellen? Und was bedeutet jetzt eigentlich der Einstieg von Red Bull? Nach eigener Aussage wollen die das attraktivste, spannendste Radteam werden. Und davon sind die wirklich maximal weit entfernt. Obwohl das ja eigentlich unser deutsches Team, unser Boranskrohe sein sollte. Bislang hat die Truppe aus Raublingen es definitiv nicht geschafft, mich als Fan abzuholen. Und da ist natürlich die ganz große Frage, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Warum ist das Team RBB Hollywood zuletzt eigentlich nur abseits vom Sport wirklich unterhaltsam gewesen? Und das jetzt wirklich nicht im guten Sinne. Aber auch die ganz große Frage, wie wird sich denn jetzt das Team unter Red Bull so verändern? Und diese RB-Philosophie im Sport ist ja nicht, dass die einfach nur ihr Logo auf ein Produkt drauf packen und alles ist gut. Das kann eine Riesenchance für den gesamten Radsport sein, sich so weiterzuentwickeln. Aber es gibt auch wirklich ein paar ernsthafte Gefahren, wo die hier Gefahr laufen, den Sport regelrecht kaputt zu machen. Wettbewerbsverzehrung, Farmteams, Radsportteams, die gar kein Ziel haben, ein Rennen zu gewinnen. Also da wird es wahrscheinlich auch ein paar neue Regeln brauchen, an die jetzt noch gar keiner denkt. Wir haben auf jeden Fall so unglaublich viel zu tun. Schnappt euch vielleicht ein koffeinhaltiges Getränk. Also los geht's. Ich versuche das Video so grob in drei Blöcke zu unterteilen. Einmal Rückblick Boransgrohe bis jetzt. Also auch wirklich dieses Jahr, die heißen schon Red Bull. Also aber noch habe ich da keine große Veränderung gesehen außer dem Logo. Dann Themenblock 2, diese RB-Sportphilosophie. Also vor allen Dingen im Vergleich mit Fußball, Formel 1 und wie können diese Systeme hier im Radsport angewendet werden. Und dann Block 3, Ausblick, Empfehlung für die Zukunft. Auch wenn ich immer sehr kritisch mit der Mannschaft umgehe. An sich würde ich mir ja schon wünschen für Radsport Deutschland, dass die einfach ein bisschen besser, ein bisschen attraktiver fahren würden. Und das Fundament, auf dem man aufbauen kann, ist ja größtenteils gar nicht so schlecht. Aber es fehlen halt so ein paar Details, auf dem man aufbauen kann mit ganz großer Wirkung. Also zunächst mal der Rückblick zu Boransgrohe. Aber ich versuche das wirklich ganz kompakt zu halten. Wer sich dafür mehr interessiert, da gibt es eine ganz gute Podcast-Folge von OMR-Podcast. Da war Ralf Denk zu Besuch, der Teambesitzer, ja auch Teamgründer. Und der erzählt da so seine persönliche Geschichte, wie er das Team so ganz langsam aus der dritten Liga hoch aufgebaut hat. Die ganz wichtige Information hier zu mitnehmen ist, Ralf Denk ist selber nicht aus dem Sport. Also der ist die Tour de France selber nie gefahren als Athlet, sondern der ist einfach nur Geschäftsmann. Also was heißt einfach nur, das macht er richtig gut. Der hat es in wenigen Jahren geschafft, von einem kleinen Fahrradladen zu einem der größten Radteams der Welt. Und er ist offensichtlich gut darin, Sponsoren zu gewinnen für sein Projekt und dann halt auch wirtschaftlich so zu gestalten, mit dem vorhandenen Budget ohne Risiko verlässlich zu haushalten. Aber das ist eigentlich ein Stück weit auch der ganz große Kritikpunkt an der Mannschaft. Da ist kein richtiger Plan, keine wirkliche Strategie hinterzuerkennen, aus sportlicher Sicht. Und man entscheidet sich ganz oft in der Unterhaltungsbranche für den langweiligen Weg. Lieber der sichere zweite, dritte Platz. Die Mannschaft performt in der Regel immer so ein bisschen unter ihrem Budget, aber dafür immer sehr konstant im langweiligen Niemandsland. Man versteckt sich irgendwie den ganzen Tag immer im Feld, holt irgendwie so ein okayes Ergebnis nach Hause, mit dem die Sponsoren nicht ganz so unzufrieden sind. Aber gerade so nicht ausreichend, dass man wirklich eine Begeisterung im Land auslösen würde. Also nur mal so als Beispiel, das hier ist die UCI-Jahresrangliste vom letzten Jahr. Da landet Borans Krohne auf dem zehnten Platz. Dieses Jahr sieht es schon wesentlich besser aus. Man kommt auf Platz 5, obwohl man ja eigentlich so das dritt- oder vierthöchste Budget hat. Und da spielt aber vor allen Dingen ganz extrem die Welt herein, wo die Konkurrenz vielleicht nicht ganz so groß war. Aber die Etappen sehr gut gepasst haben, dass der Primoz Roglic wirklich eine Etappe nach der nächsten Plus-Gesamtwertung gewonnen hat. Das hat massiv Punkte gehagelt. Aber beim Giro Italia null Etappen. Zweiter Platz in der Gesamtwertung gibt gute Punkte, aber halt ohne aktiv irgendwas zu machen, sondern halt nur durch Hinterherfahren von Tadej Pogacar. Tour de France null Etappen mit, ja, Ach und Krach wäre vielleicht ein Podium. Wahrscheinlich eher ein Platz 4 für Primoz Roglic rausgelaufen. Aber auch da haben wir uns eigentlich nur über die Mannschaft unterhalten, wenn da mal wieder einer auf der Nase lag. Und bei den Frühjahrsklassikern, sowohl Kopfsteinpflaster als auch Ardennen-Klassiker, waren die ja wohl komplett unsichtbar. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, in der Enterprise kann man sich jetzt als die Sponsoren Bora oder Hans Krohr nicht wirklich beschweren. Ich meine, die sind ja irgendwie immer da. Aber vergleicht die Leistung doch jetzt einfach mal zum Beispiel mit Aje Dessert. Und die fahren jetzt auch von der Strategie jetzt nicht immer perfekt brillant. Aber die haben mit einem Budget, das vielleicht noch nicht mal halb so groß ist, auf wahrscheinlich einfach schlechterem Material genauso viele Punkte eingefahren. Und das Ganze durch eine sehr aktive, mutige Fahrweise immer wieder in Fluchtgruppen reingehen und vor allen Dingen auch viele junge Talente zu einem großen Teil auch selber entwickelt. Und Bora und Skrohr hat im Vergleich dazu oder beziehungsweise im gesamten Vergleich in der World Tour einen Kader, der mit der Älteste ist. Also Israel Premier Tag müsste da noch knapp drüber liegen. Aber gerade mal vier Fahrer, die überhaupt nur startberechtigt gewesen wären in der Wertung ums Weiß Trikot. Also unter 25 Jahre alt. Und das hängt vor allen Dingen auch mit an dieser ganzen Transferpolitik. Bora entwickelt in der Regel die Fahrer nicht selber, sondern die kaufen in der Regel halt die Fahrer von anderen Mannschaften ein, die da schon funktionieren. Das heißt natürlich auch weniger Risiko. Aber auf der anderen Seite haben diese Fahrer natürlich auch schon eine sehr konkrete Gehaltsvorstellung. Und man hat halt nicht diese günstige Variante von einem Fahrer-Nachwuchstalent, das irgendwie zu Mindestgehalt fährt, auf einmal explodiert. Und dann habe ich halt für nur 50.000 Euro, weil der noch einen bestehenden Vertrag hat, wo ich mich auch sehr drüber freuen würde als Teammanager, halt einen, der vielleicht ein, zwei, drei Siege holt. Sondern in der Regel ist es so, die Fahrer sind schon gut, bevor die zu Bora kommen und werden dann nicht eher besser, sondern eher schlechter. Also Primoz Roglic wird jetzt bald 35 und der ist für ein Drittel aller Siege in diesem Jahr verantwortlich. Oder wahrscheinlich das prominenteste Beispiel Peter Sagan. Das ist auch genau das, was Ralf Denk selber im Podcast angesprochen hat. Riesensensation 2016 zu 2017 wechselt der damalige Weltmeister der Weltranglisten Erste zu Bora Hans-Krohr in die zweite Liga, beziehungsweise durch den Wechsel schaffen die dann den direkten Aufstieg. Gewiss aus Sicht von einem Geschäftsmann ein Riesenerfolg. Also er vergleicht das selber, als würde Messi zu St. Pauli wechseln. Ich finde ein bisschen passender in dem Vergleich Raoul zu Schalke. Aber wenn wir uns mal hier rechts dieses PCS-Ranking anschauen, also 2017 der Wechsel zu Bora, der war die damalige Nummer 1. Der hat ein Regenbogentrikot an, den brauchte man nicht scouten. Und man brauchte auch keine große Strategie, um Peter Sagan herumzubasteln, weil der seine 5, 6 Anfahrer direkt mitgebracht hat, plus eigenem Radhersteller. Ein Riesenerfolg, aber dann 17, 18, 19, 20, 21. Den hat man geholt, als die Aktie schon ganz oben war und abgegeben, da ging die runter. Und man hat ja teilweise auch jüngere Talente gehabt, aber die haben dann halt einfach nicht die Chance bekommen, weil man halt nicht bereit ist, das Risiko einzugehen, sondern lieber auf die etwas älteren Stars setzt. Und dann hat man halt irgendwann so Fahrer wie Pascal Ackermann, die dann halt so unzufrieden sind, obwohl das ja eigentlich die Gesichter der Mannschaft, der deutschen Mannschaft hätten sein sollen. Und jetzt war der Fall von Pascal Ackermann vielleicht nochmal ein kleiner Sonderfall. 2021 sollte der eigentlich die Tour de France fahren, aber wurde ganz kurz vor dem Start wieder aus dem Aufgebot gestrichen. Und ja, und ausgerechnet Peter Sagan muss sturzbedingt auf Etappe 12 oder beziehungsweise nach Etappe 11 die Tour de France aufgeben. Da ist ja schon irgendwie die Frage, wäre es vielleicht dann nicht doch mal besser gewesen, man hätte so eine neue riskante Variante mit zwei Sprinterkapitänen mal versuchen können. Beziehungsweise die Startausstellung könnte man ja noch so in Ansätzen verstehen. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist die Startausstellung von der Tour 22. Man holt Sam Bennett als Sprinter zurück, nominiert den dann nicht zur Tour. Okay, kann ja gesundheitliche Gründe haben, aber dann fährt trotzdem Danny van Poppel als der Anfahrer mit. Muss ich nicht, wenn mein Sprinterkapitän ausfällt, für den ich die Mannschaft rumgebastelt habe und ich kann jetzt mit dem im Sprint nicht eingreifen, dann nicht vielleicht eine ganz andere Strategie fahren? Diese Mischung aus den Transfers, die im Winter erfolgen und dann die Kader-Nominierung, beziehungsweise die wird nochmal ganz kurz vorm Start nochmal umgewürfelt. Das wirkt irgendwie nicht gut. Wir hatten auch dieses Jahr Jordi Moyes und Sam Wellsford, Sam Wellsford eine Neuverpflichtung und die fahren beide weder Giro, Tour noch Wuelta. Stattdessen fährt Danny van Poppel, der Anfahrer, sowohl Giro als auch Tour. Bestes Ergebnis einmal in Platz 5, aber wie soll der sich auch selber einen Sprint anfahren? Also wenn es jetzt nur darum gehen würde, im Abstiegskampf irgendwie UCI-Punkte zu sammeln, dann könnte ich so eine Strategie ja noch verstehen. Der kann sich auf sich alleine gestellt wahrscheinlich noch wesentlich besser in so ein Top-10-Ergebnis reinwurschteln als ein richtiger Sprinter. Aber für Tagessiege hätte es da wirklich wesentlich bessere Chancen für die Mannschaft gegeben über Fluchtgruppen. Also dann nicht er, sondern Max Schachmann. Das Thema hatten wir hier schon mal. Der ist sehr ähnlich vom Fahrertyp wie Julian Alaphilippe. Alaphilippe gewinnt beim Giro dieses Jahr zwei Etappen. Ist gefühlt jeden zweiten Tag in der Fluchtgruppe drin, um den Sieg zu fahren. Und Schachmann bekommt einfach von der Mannschaft nicht die Freigabe, in die Fluchtgruppe zu gehen. Also ich verstehe da ganz ehrlich die Strategie in der Regel nicht, die Bora fährt. Wenn man es ganz stark vereinfachen will, gibt es auch quasi drei Arten von Etappen. Entweder es ist eine flache Etappe für einen Massensprint, dann brauche ich einen richtigen Sprint, an den ich glaube, plus einen Anfahrtzug in Unterstützung. Also das wäre dann eine Riesenüberraschung, wenn da im Alleingang zum Beispiel Danny van Poppel, Jonathan, Milan, Timmel, Lier, Jasper, Philipsen und wie die alle heißen, schlagen kann. Dann gibt es Bergankünfte. Und da muss man sich doch einfach die ernsthafte Frage stellen, habe ich in meiner Mannschaft den besten oder zumindest vielleicht irgendwie zweit- oder drittbesten Bergfahrer dabei, wo dann vielleicht über eine bessere Tagesform, was möglich ist, dass ich den Tag kontrolliere und hinten raus zuschlagen kann. Das hat natürlich bei der Spanienrundfahrt ja zwei-, drei-, viermal funktioniert. Aber wenn ich doch weiß, wenn ich in eine Landesrundfahrt reingehe und ich habe sowohl von dem Bergfahrer-Typ als auch von dem Sprinter-Typ jeweils nicht den richtigen Kandidaten mit dabei, den Favoriten, für den ich irgendwas kontrollieren, zusammenhalten muss, dann bleibt noch der Etappentyp 3 und das ist alles dazwischen. Aber da muss ich vor allen Dingen dann zusehen, wie ich aktiv das Rennen gestalte, in Gruppen mit reinspringe und nicht einfach im Hauptfeld sitze, Daumen drehe und mich am Ende wundere, dass jemand anders schneller war. Gleiches gilt doch, wenn ich um ein gelbes Trikot, also um eine Gesamtwertung fahre. Wenn ich vor dem Start nicht einen der Favoriten mit dabei habe, der das gewinnen wird, wenn alles ja nach Plan verläuft, das heißt sowohl im Zeitfahren als auch bei den schweren Bergankünften jeweils Zeit gut machen, dann muss ich doch irgendwie eine aktive Strategie versuchen, über eine Relaisstation, Multikapitän-Strategie, Windkante. Aber wenn ich einfach nur mithelfe, das Rennen zu kontrollieren und mich am letzten Berg dann wundere, warum ich abgehangen werde, dann mache ich doch in der Strategie irgendwas grundsätzlich falsch, wenn nicht davon auszugehen ist, dass an 9 von 10 Tagen mein Fahrer einfach am Berg besser ist als die Konkurrenz. Ich dann aber abwarte, um dann zu sehen am letzten Berg, wer einfach nur im fairen 1-gegen-1-Duell schneller ist. Und ja, das ist tatsächlich sogar schon mal gut gegangen. Mich macht das regelrecht verrückt, wie Boransko mit dieser Abwartemethode mit Jai Hindley den Giro gewinnen konnte. Die haben mitgeholfen mit Ineos und die hatten den Favoriten in Richard Carapaz, das Rennen zu kontrollieren und zusammenzuhalten. Die haben den nie attackiert und ich hätte Haus und Hof darauf verbettet, dass die am Ende Zweiter werden in der Gesamtwertung. Und ja, natürlich, in ganz seltenen Fällen kann das sogar gut gehen, beziehungsweise vor allen Dingen diese risikoarme Variante nicht zu attackieren, die heißt halt auch, einen zweiten Platz nicht zu gefährden. Aber was mich wirklich richtig, richtig sauer macht von der Strategie, wie die an dem Tag gefahren sind und die Etappe habe ich jetzt hier schon im Höhenprofil die ganze Zeit eingeblendet, das war die Tour de France 2023 Etappe 6. Am Start der Etappe führt Jai Hindley in der Gesamtwertung. Der trägt das gelbe Trikot. Einen Tag zuvor gab es mal eine gute Strategie von der Mannschaft. Der hat über die Fluchtgruppe eine Etappe gewonnen. UAE und Wismar haben da jeweils versucht, die Verantwortung dem anderen Team in die Schuhe zu schieben. Und Jai Hindley trägt jetzt wahrscheinlich auch nur stellvertretend für ein paar Tage das gelbe Trikot. 34 Sekunden Vorsprung auf Wingegaard, 1,38 auf Pogacar. Aber ganz egal, ob man jetzt wirklich Chancen hat, das Ding bis nach Paris zu tragen. Allein jeden einzelnen Tag das gelbe Trikot in der Mannschaft zu haben, das ist so unglaublich viel wert. Und auf Etappe 6 steht folgendes Streckenprofil auf dem Plan. Koldetur Malé, 17 Kilometer, 7,4 Prozent. Sehr schwerer Berg. Auf reine Stärke wird wahrscheinlich Jai Hindley am Hinterrad von Pogacar und Wingegaard nicht dranbleiben können. Selbst wenn er der tripbeste Bergfahrer jetzt in der Tour ist. So ehrlich muss man sein, auch von der Teamleitung. Da gibt es zwei bessere. Aber es ist nun mal keine Bergankunft am Tourmalé, sondern danach folgt eine lange Abfahrt, sogar ein kleines Talstück. Und ein zweiter Anstieg, der mit 16 Kilometer 5 Prozent nicht so schwer ist. Da spielt Windschatten schon eine größere Rolle. Da kann man noch relativ lange am Hinterrad dranbleiben. Und selbst wenn man vielleicht den Anschluss dann an diesen kurzen, steilen Rampen so 5 Kilometer vor dem Ziel verliert, mit 7,5 Prozent im Schnitt, das ist ja dann von da aus nicht mehr weit und da kann man vielleicht diese 39 Sekunden Vorsprung irgendwie verteidigen. Also nicht den gesamten Vorsprung verlieren, sondern auch irgendwie gerade so im Trikot bleiben. Das Einzige, was halt wirklich nicht passieren darf, ist, dass Jai Hindley schon den Anschluss am Koldeturmalé verliert und die zwei noch irgendeinen Teamkollegen haben, der dieses Flachstück beziehungsweise diese Abfahrt überbrückt. Also wenn nur Vingegard und Pogacar da oben über die Spitze alleine drüber fahren, dann schauen die sich wahrscheinlich gegenseitig an, dann passiert da wahrscheinlich nichts und Hindley kann von hinten wieder aufschließen. Und das heißt, es gibt nur wirklich ein Szenario, das man unbedingt verhindern muss an dem Tag, nämlich, dass sowohl Wismar-Lisebike oder UAE irgendwie eine Relaisstation hinterm Tourmalé positionieren können. Wenn der dann nämlich den Kontakt am Tourmalé gerade so verliert, dann steht er danach im ganzen Tal und in der Abfahrt im Wind, während die zwei vorne schön mit der Relaisstation weitergezogen werden und dann kassiert man an dem Tag locker zwei, drei Minuten. Also wenn du nicht eine eigene Relaisstation hast, die dann auch auf dich warten könnte, also auf Hindley, dann hätten wir zumindest ausgeglichene Vorzeichen und halt nur dieses Bergzeitfahren, wenn die dann vielleicht mit den gleichen 10 Sekunden Abstand, die der im Tourmalé verliert, dann hinten raus wieder am Cotret Kompasque ankommt. Also vor dem Start wäre ganz klar meine Anweisung im Teamus gewesen, Mann-Deckung, Waut von Art, da muss einer mitspringen. Oder wenn wir die Gruppe verpassen, dann den ganzen Tag, also vor allen Dingen dieser Anfangsphase so knapp hinterherfahren, dass die nicht mit mehr als 30 Sekunden Vorsprung den Tourmalé unten reinfahren und dann ist das ganze Thema Relaisstation auch gegessen. Und ich mach's kurz, es ist natürlich genau das passiert, was man einfach nicht zulassen darf. Wir hatten eine große Fluchtgruppe, da war Van Aert drin, der hatte genug Vorsprung, der hat als perfekte Relaisstation gearbeitet. Okay, aus Sicht von Wismar Lisebike war es jetzt auch kein perfekter Tag. Wingegard verliert an dem Tag 24 Sekunden auf Pogacar. Jai Hindley kommt als Sechster rein, trittbester Fahrer, der nicht in der Fluchtgruppe war und kassiert 2 Minuten 39 Rückstand. Das Trikot ist sowas von weg. Man sieht sehr enttäuschte Gesichter von Ralf Denk, den ganzen sportlichen Leitern. Und ich gehe ein ganzes Jahr lang davon aus, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Also Radrennen ist jetzt auch kein Videospiel. Vielleicht ganz schlechte Tagesform, Funkgerät kaputt, platter Reifen, als irgendjemand in die Fluchtgruppe mitspringen wollte. Ja, man hat ja nicht immer alle Ohren überall. Vielleicht habe ich da einfach irgendwas nicht mitbekommen. Also der Tag kann ja wohl nicht so abgelaufen sein, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann sehe ich ein Jahr später die Netflix-Doku mit den Originalfunksprüchen in dem Moment aus dem Teamauto. Und ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Plan war, die Fluchtgruppe nicht zu besetzen. Alle sollen beim Lieder bleiben. So wie man vor 20 Jahren Radrennen gefahren ist. Und da muss ich ernsthaft sagen, dann war scheinbar der Plan, dass man den Tag 2 Minuten 39 kassiert und das Trikot abgibt. Und dann verstehe ich aber wiederum nicht die enttäuschten Gesichter im Ziel. Radrennen zu gewinnen oder insbesondere den Kader für eine große Landesrundfahrt aufzustellen, ist doch einfach so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ich habe in Summe so 21 Möglichkeiten, eine Etappe zu gewinnen, aber davon halt siebenmal ungefähr Massensprint, siebenmal was für Bergfahrer und dann halt noch so diese siebenmal Chancen für eine Ausreißergruppe. Und wenn ich jetzt primär auf Gesamtwertung unterwegs bin und ich habe jetzt quasi schon so fünf, sechs Plätze im Kader sowieso verplant, ich habe einen GC-Kapitän, ich habe einen Edelhelfer, der als letzter Mann immer bei dem bleibt. Ich habe vielleicht einen großen, schweren, wie so einen Dieselfahrer, der, wenn ich das Trikot wirklich übernehme, dann halt auch kontrollieren kann. Und jetzt habe ich vielleicht noch einen Platz frei, wo ich jemanden mitnehme, der eher auf Tagessieg auf eigene Rechnung fahren kann. Dann muss ich mir doch wirklich genau überlegen, was da jetzt in Summe die besten Optionen liefert. Ein klassischer Flachsprinter, der allerdings ohne die wirkliche Unterstützung ja nicht so richtige Chancen hat, aber halt vielleicht in Summe siebenmal zum Einsatz mit sehr geringen Chancen unterwegs ist, suche ich mir vielleicht einen sehr bergfesten Sprinter. Der hat dann vielleicht nicht ganz so oft die Möglichkeit, aber dann, wenn da eine anspruchsvollere Etappe für den kommt, kann die GC-Abteilung, die ich sowieso schon mit dabei habe, das Rennen für den schwer machen und dann sprintet er aus einer sehr kleinen Gruppe. Dann ist Positionskampf auch nicht so sehr das große Problem. Und ich sage, der hat in dem einen Tag wahrscheinlich in Summe höhere Chancen als kumuliert der Flachland-Sprinter an allen anderen Tagen. Oder gehe ich da nicht vielleicht am besten auf Puncheure und Ausreißer? Wieso nimmt sich Red Bull Boranskro nicht vom Start weg bei Natur de France mal vor, aufs Bergdekot zu gehen? Ich habe, wenn ich zwei Ausreißer in eine Fluchtgruppe reinbekomme, mehr als doppelt so hohe Chancen aus der Gruppe raus auch zu gewinnen. Und als Relaisstation können die vielleicht sogar noch ein Schlüssel sein, dass mein Gesamtwertungsfahrer am Ende auf eine Position hochklettern kann, auf die der eigentlich körperlich nicht in der Lage zu wäre. Also sprintfeste Ausreißer-Typen, die auch über leichte Berge drüber kommen. Also, wer in den Film Moneyball mit Brad Pitt und Jonah Hill gesehen hat, das sind die Fahrer, die ich im modernen Radsport verpflichten würde, die mir überproportional gute Ergebnisse reinholen können. Und davon sehe ich leider sehr wenige aktuell im Kader von Red Bull Boranskro. Also, Boranskro ist jetzt nicht dafür bekannt, eine besonders aggressive, attraktive Strategie zu fahren. Sind die denn dafür bekannt, irgendwie das beste Material zu fahren und auf alle marginalen Vorteile irgendwo noch eine Sekunde rauszuholen? Und da würde ich leider auch sagen, gibt es einen oder vielleicht sogar mittlerweile eher zwei andere Teams, Sky hat diesen Slogan Marginal Gains irgendwie geprägt, aber mittlerweile ist vielleicht sogar schon fast Wismar-Lisebike da noch einen Schritt weiter. Und damit meine ich nicht, dass jetzt ein Cervelo-Rad oder ein Pinarello-Rad schnell ist als ein Specialized, sondern eher, ob man auf alle kleinen Details im Training, auf dem Zusammenspiel, Mensch mit Material, Windkanal-Tests achtet. Und da gibt es zumindest schon mal ein sehr prominentes Beispiel, Xan Utebrücks. Der kommt aus der eigenen Nachwuchsmannschaft von Boranskro, Otto-Eder, gilt als das riesengroße Talent in Belgien für große Landesrundfahrten, soll angeblich sogar bessere Werte in jüngeren Jahren gehabt haben als Remco-Evendepoel. Und der hat sich aus seinem Vertrag irgendwie ganz unschön rausgestritten. Der wollte unbedingt von Boranskro weg, weil er meinte, die können mich nicht vernünftig unterstützen. Der wird im Umfeld von Boranskro nicht besser. Und Wismar-Lisebeck ist da wirklich das genaue Gegenteil. Die haben so einen guten Ruf, Fahrer besser zu machen, dass da sogar Leute gehaltsmäßig einen Rückschritt in Kauf nehmen. Also, sehr bekanntes Beispiel, Simon Yates wechselt jetzt dahin, von J.K. Uller zu Wismar-Lisebeck zu einem niedrigeren Gehalt, wie er selber sagt, weil das Team hinter dem Team da so viel besser ist. Und Utebrücks ist auch wirklich nicht das einzige Beispiel. Auch Marco Brenner, aktueller deutscher Meister, ursprünglich mal aus der Boran-Nachwuchsmannschaft, Otto-Eder, also quasi das größte deutsche Talent aktuell, glaubt selber nicht daran, dass er bei dem deutschen World Tour Team besser aufgehoben wäre. Also, ihr merkt schon, da ist richtig viel zu tun beim Team Boranskro und ich wundere mich ein Stück weit auch schon, warum sich Red Bull nicht für Wismar-Lisebeck entschieden hat, beziehungsweise als Jumbo ausgestiegen hat, dann Red Bull, Wismar, Wismar, Red Bull. Man hätte so viel einfacher ein Spitzenteam haben können, wo man einfach nur sein Logo vorne drauf packt und alles ist fertig. Baud von Art ist sowieso schon Red Bull gesponsert als Einzelathlet, will auch auf Lebenszeit bei der Mannschaft bleiben, aber scheinbar liet man bei Red Bull die Herausforderung, ein eigenes Top-Team aufzubauen. Ist der deutsche Markt für RB so viel interessanter, also ist ja eigentlich eine österreichische Firma, aber ist schon irgendwie dichter dran als Niederlande, dass das vielleicht deswegen mehr Sinn macht oder wollte Wismar-Lisebeck, weil der Laden läuft ja, nicht so viele Befugnisse an Red Bull abgeben. Wismar-Lisebeck sucht nämlich ganz klar einen Sponsor, also nur Namensgeber und das, was jetzt da zwischen Bore Hansgrohe und Red Bull passiert, wird auch ganz explizit als Joint Venture bezeichnet, mit einer langfristig angelegten Strategie und wahrscheinlich auch sehr großen Veränderungen und da würde ich jetzt ganz gerne mal durchgehen, was das so bedeuten kann und was da so die Vor- und Nachteile sein können. Wir sehen hier Wout von Art als Crosser Tom Pitcock vom Mountainbike beziehungsweise auch Cross, die wurden als Einzelsportler gefördert, das ist natürlich eine sehr interessante, lukrative Form vom Sponsoring, man nimmt sich nur die Topstars, also quasi nur das Gesicht nach außen ohne den ganzen Apparat, ohne die ganze Mannschaft dahinter mitbezahlen zu müssen und das ist so ein bisschen als würde man sich nur die Rosinen rauspicken, also wenn man Rosinen mag, das kann sehr gut funktionieren bei Sportarten, die man alleine ausübt, zum Beispiel im Triathlon, im Skispringen, diese ganzen Extremsportarten mit einem Snowboard durch Luft in irgendeiner Halfpipe fliegen, alles sehr cool, alles sehr gut für die Marke und für das Image, aber das kann zu einem Problem werden, wenn man in eine Mannschaftssportart reingeht und dann nur quasi einen Fahrer bezahlt. Ich finde es hochinteressant, dass das Ganze beim Team Wismar-Lisebike gestattet wird, dass Wout von Arten einen anderen Helm tragen darf und noch irgendwie anderes Geld bekommt und sein Wasserholer, sein Sprintanfahrer nicht und ich kann von Ineos Grenadiers aber schon diesen Standpunkt sehr gut nachvollziehen, dass man ihm diesen Helm im Prinzip nur bei seinen Einzelsportarten, also im Mountainbike oder so weiter, erlaubt, aber in all den Fällen hat Red Bull auch relativ wenig Einfluss auf den Sport selbst, also die kleben da jetzt wirklich nur ihr Logo drauf, drehen hier und da vielleicht mal ganz interessante Imagefilme, also wie hier Wout von Arth gegen Max Verstappen mit Formel 1 mäßigem Reifenstopp, aber wenn jetzt Red Bull als Mannschaft wirklich in eine Sportart einsteigt, dann machen die das in der Regel immer nur dann, wenn die Sportart sich dann auch irgendwann selber trägt, das heißt mit einem Startinvestment hat man eine sehr gute Infrastruktur geschaffen, man zieht sich für sehr teures Geld wirklich die absoluten Experten in der Sportart ran, also zum Beispiel jetzt hier Jürgen Klopp wechselt zum RB Fußballkonzern, aber teilweise hat RB dann gar nicht mehr das Ziel auch wirklich Spiele zu gewinnen, sondern die wollen eigentlich nur wirtschaftlich erfolgreich in der Sportart verwalten, das heißt Rasenballsport Leipzig hat eigentlich gar nicht so sehr das Ziel die Bundesliga wirklich zu gewinnen, sondern so Platz 2, Platz 3 reicht vollkommen, man nimmt irgendwie die Champions League Gelder mit und vor allen Dingen geht es darum, ja durch ganz viele Spielertransfere, Transfererlöse zu erwirtschaften und das kann irgendwann zu einem ganz großen Problem in der Sportart werden, ja wenn dieser Einstieg von RB eigentlich gar nicht den Sport besser macht oder vielleicht machen die schon auch sehr guten Sport, weil die ja wirklich mit auf höchstem Niveau mit den besten Experten zusammenarbeiten, aber eigentlich der Sport gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, also die Siege, aber auf der anderen Seite natürlich auch die ganz große Frage, was will Red Bull eigentlich im Straßenradsport, wir haben gar nicht so eine Transfersystematik, vielleicht wäre es sogar besser für den Radsport, wenn wir das hätten, weil dann kleinere Teams, die eine gute Nachwuchsarbeit haben, dann auch irgendwie wirtschaftlich daran ja beteiligt werden, irgendwie dafür entschädigt werden für die ganze Ausbildung und nicht einfach nur UAE-Ineos da das Checkbuch rauszieht, keine Transfererlöse gibt zum Beispiel auch in der Formel 1, aber ein Stück weit muss ich das da wohl über die TV-Gelde-Einnahmen auch selber tragen oder der Werbegegenwert ist so groß im Verhältnis zu den Ausgaben, dass es sich rechnet, weil auch hier ist Red Bull, die ja selber gar keine Autos verkaufen, nicht nur mit einem Team, sondern gleich mit zwei Teams in der obersten Sportklasse plus auch in der ganzen F2, F3-Nachwuchs-Ligen-Thematik mit teilweise mehreren Teams vertreten, also das ganze Thema eigene Ausbildung plus auch teilweise halt mit diesen Farm-Teams optimale Bedingungen schaffen und auch viele Talente zeitgleich mal auszuprobieren, also auch ein Stück weit Gießkannen-Prinzip, es reicht, wenn ein Talent hinterher funktioniert, wenn ich zehn probiert habe, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der sich vom Red Bull im Sportuniversum irgendwie durchzieht und deswegen ist es wohl auch gar nicht so weit hergeholt, dass es jetzt auch schon solche Gerüchte gibt, Team Trudo-Red Bull, also als Zweitliga-Farm-Team und da muss ich aber sagen, das gefällt mir nicht beziehungsweise das muss man ganz stark beobachten, reglementieren, das ganze Thema mit Toro Rosso und Red Bull oder beziehungsweise Alpha Tauri, Racing Bull, wie die auch immer jetzt gerade heißen, das ist schon ein ganz großes, merkwürdiges Fragezeichen, ob das nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung ist, wenn ich im selben Rennen quasi ein Team mit ja doppelt so vielen Fahrern unterwegs habe, jetzt spielt diese ganze Team-Taktik mit Windschatten fahren in der Formel 1 nicht ganz so die große Rolle, aber im Radsport, da müssen wir wirklich ganz unbedingt aufpassen, dass dann nicht Tudor Red Bull und das richtige Red Bull Erstliga-Team im selben Rennen antreten darf, weil sonst fährt da quasi eine Mannschaft mit 16 Fahrern, Tudor fährt erst die Lücken zu und Bora hat dann den Sprintkapitän für den Tagessieg, also es gibt ja jetzt zum Beispiel auch schon die Möglichkeit, dass man mit einem sogenannten Development-Team, also so eine Art Boga-Hansgrohe-Röhmig 2 bei kleineren Rennen an den Start geht, aber dann ist es einfach verboten, im gleichen Rennen auch mit der Erstliga-Mannschaft zu starten und das Konzept ist gut und richtig und das darf nicht umgangen werden, indem ich einfach Pay-to-Win meine Mannschaft auf zwei offizielle Lizenzen aufteile, aber wenn das ausgeschlossen ist, dann bin ich ein wirklich sehr großer Fan von dem Einstieg von Red Bull, weil das glaube ich wirklich die eine Chance Nummer 1 ist, die Sportart cool und interessant für eine junge Zielgruppe zu machen. Also Chris Miller von der Nero-Show hat mal sowas ähnliches gesagt wie er ist ein Riesen-Fan von Red Bull bis auf das Produkt und da ist schon irgendwie was dran, das schmeckt ja überhaupt nicht. Was ist cool über Red Bull? Ich hasse das echte Produkt. Wenn ich das was cool ist über Red Bull, die ganze Brand ist cool. Aber es gibt nichts über ihre Produkte. Ich habe mich voll Kaffeein und Zucker. Hier ist es. Es ist wie, du hast den Kacken. Ich könnte jetzt ein Formula-1-Driver sein. Wirklich? Ich gehe in die Zone, ich habe Wings aber Red Bull hat sich irgendwie losgelöst von dem Getränk und die stehen jetzt irgendwie für so ein Netzwerk von allem, was cool ist. Also mal irgendwie losgelöst von der Firma im Hintergrund, die vielleicht gar nicht so toll ist. Aber die haben ein unglaublich verrückt großes Netzwerk aufgebaut und die spielen sich halt da jetzt im Social-Media-Bereich die Aufmerksamkeit da gegenseitig hin und her. Das heißt, irgendwelche Spitzensportler, die in die VIP-Lounge bei einem Formel-1-Rennen eingeladen werden, dann stehen die da mal ganz kurz für ein Interview vor der Kamera und machen so natürlich wirklich perfekte Cross-Promo sowohl für ihre Sportart als auch natürlich für ihren Sponsor. Und das ist jetzt wirklich die eine ideale Möglichkeit, diese etwas vielleicht angestaubte Sportart, Radsport aus dieser Ecke für den ARD-Rentner rauszuziehen. Also von mir aus kann auch gerne die Berichterstattung in der ARD so bleiben, aber wenn vielleicht einfach parallel dazu im Social-Media-Bereich auf Twitch oder auf Eurosport oder sonst wo einfach noch ein bisschen jünger, moderner, schnelllebiger, ein bisschen interaktiver halt für eine junge Zielgruppe Radsport nähergebracht wird, weil die Geschichten, die der Radsport schreibt, die sind eigentlich schon besser als das, was die Formel 1 bieten kann, die verkaufen die nur besser und a, einmal überhaupt in dieses Netzwerk reinzukommen, als auch mit dieser ganzen Expertise von Red Bull zu verstehen, wie man das Ganze jetzt jung und modern frisch rüberbringt, das ist so unglaublich viel wert. Also Red Bull hat wirklich die einmalige Chance, diese Radsport-Sportart nachhaltig zu verändern. Also Netflix hat die Formel 1 einen riesen Schritt nach vorne gebracht, Netflix hat glaube ich auch den Radsport ein gutes Stück nach vorne gebracht, aber da ist viel mehr möglich, dann müssen die Teams aber auch ein bisschen mehr wollen und ich glaube auch gerade in diesem Zusammenspiel, dass jetzt Red Bull, die das sehr gut verstanden haben, sich dann auch nicht ein bisschen davor scheuen, offener, transparenter damit umzugehen. Also Bore Hans-Krohe war in der ersten Netflix-Staffel gar nicht dabei, aus Sorge man würde was Falsches erzählen und in der zweiten Staffel wäre es vielleicht besser gewesen, sie hätten es gelassen. Ne, aber mal Spaß beiseite, also da muss ganz klar ein Wert drauf gelegt werden in den nächsten Jahren, ja einfach ein bisschen fähnnah, offen, transparent da regelmäßig die Leute mitzunehmen. Die Fahrer dürfen einfach nicht vergessen, dass sie die Tour nicht für sich selber fahren, sondern die fahren die als Unterhaltungsprodukt und ohne Medieninteresse, ohne Interviews gäbe es die Tour nicht. Aber ganz wichtig ist halt auch Radsport nicht nur spannend, interessant für die aktuellen Fans zu machen, sondern auch irgendwie neue Leute dazu zu gewinnen. Und das funktioniert in der Formel 1 zum Beispiel hervorragend durch dieses Red Bull-Netzwerk. Die haben nämlich nicht nur Spitzenathleten, das heißt Leute, die gut Snowboard fahren können, sondern auch solche. Das hat nicht so gut funktioniert, Leute. Und diese Entertainer mit einer riesigen Reichweite, vor allen Dingen in der Jugend, die darf man nicht unterschätzen. Das heißt zum Beispiel Honeypoo, die sonst irgendwie auf Twitch und YouTube rund um die Uhr die nächsten Tage Minecraft spielt, die wird halt auch so nebenbei von Red Bull gesponsort und wird dann halt eingeladen als VIP-Special-Guest zur Formel 1, hat eine Million Follower auf Twitch oder nicht ganz, dreht dann halt mal schnell nebenbei so 8-Minuten-Flogs über die Formel 1 und so ihre Erfahrung, schüttelt mal Max Verstappen die Hand, hat gar keine Ahnung von Motorsport, aber zack, 150.000 neue Leute, die auch sonst vielleicht gar nicht Formel 1 gesehen hätten, bekommen halt so diesen Einstieg in diese auch ganz gute Sportart und halt diese Atmosphäre an der Rennstrecke nähergebracht und genau sowas wünsche ich mir für den Radsport. Also wirklich mein ganz großer Aufruf, Influencer bitte an die Radrennstrecke und von diesen Red Bull gesponserten Influencern gibt es halt nicht nur Honeypoo mit knapp eine Million Follower, da gibt es noch ein Amar mit 1,7, ein Revinzert mit 1,9, ein Papa Platte mit 2,6 Millionen, drei von vier von denen sind halt ständig auf Twitch online und da muss man halt mal irgendwo mal so einen 8 Minuten lustigen Beitrag irgendwie über Radsport unterbekommen. Lass die mal an Weihnachten auch Zwift gegen Primoz Roglic sprinten, lass die mal eine Stunde vor den Profis Alp-Dress hochfahren durch diese Menschenmassen und ja, wenn sowas vernünftig mit einem Twitch-Livestream oder einem gut geschnittenen YouTube-Video rübergebracht wird, haben wir ganz viele neue kleine Radsport-Fans. Radsport ist schon die mit Abstand schönste Sportart, die es gibt, aber die Art und Weise, wie wir die Geschichte vermitteln, daran müssen wir noch arbeiten. Aber mal zurück zum Team Red Bull-Borans Crore, was müssen die jetzt machen, um nächstes Jahr erfolgreicher zu werden oder langfristig? Die Ziele sind ja von Ralf Denk ganz klar formuliert. Irgendwann will man die Tour de France gewinnen, aber vor allen Dingen will man das attraktivste, spektakulärste Radteam werden. Und ich glaube, da muss man vor allen Dingen im Team hinterm Team ansetzen. Ich bin wirklich nicht so ein ganz großer Fan von dieser Idee, was ja jetzt auch teilweise mal so als Spekulation im Raum stand, Remco Venepoel für 4 Millionen Jahresgehalt zu verpflichten, weil das ist im Prinzip eigentlich auch wieder nur ein fertiger Fahrer und der löst auch die Probleme nicht. Also klar, wenn das Ziel irgendwie ist, Tour de France Podium zu erreichen, dann ist das sehr einfach, wenn man den dritten von der letzten Tour de France holt, beziehungsweise man wäre dann eigentlich auch direkt wieder in so einer langweiligen Schleife drin, nur hinterher zu fahren und zum Schluss fällt dann halt dieser dritte Platz vom Hänger. Die Scouting-Abteilung übernimmt aktuell eine Person, also das ist einfach zu wenig. dieser Durchlass vom Team Auto Eder in das Ersten Liga-Team sich mal auszuprobieren, sich beweisen zu dürfen, das Vertrauen von der Mannschaft zu bekommen, das muss größer werden, auch wenn vielleicht die Ergebnisse teilweise da nicht direkt so rüberspringen. Aber solange man nicht im Abstiegskampf ist, ist doch eigentlich fast egal, ob man da jetzt irgendwie einen Podiumsplatz oder was auch immer reinfährt. Also einfach ein bisschen mehr Risikobereitschaft in allen Dingen. Ich bin eigentlich ein riesen Fan von Rolf Aldag, der sportlichen Leitung von Boranskroh, beziehungsweise das, was ich halt so bei Eurosport, wenn er da als Kommentator im Einsatz ist, mitbekomme. Aber vielleicht ist der auch einfach mit einer Person alleine relativ schnell an den Grenzen, was da so über Strategie möglich ist. Das Team Wismar-Lisebike arbeitet mit einem sogenannten Kontrollraum, also einem extra Van mit 37 Bildschirmen und noch so ein paar Beratern, die dann über Funk eingreifen. Und bei Boranskroh macht das aktuell halt irgendwie eine Person aus dem Kopf, woran der sich gerade so erinnern kann. Oder was der halt so aus dem Augenwinkel, während der noch das Auto fährt, irgendwie so mitbekommt. Das heißt, da muss man ganz ehrlich sein, da ist Red Bull Boranskroh, stand jetzt einfach nicht auf dem Stand der Technik. Wismar-Lisebike fährt häufig einfach eine viel bessere, spektakuläre Strategie, aber die lassen es halt auch zu, sich beraten zu lassen. Also hier, Lantern vom Lantern Rufs Cycling Podcast steht da mit auf der Gehaltsliste von Wismar-Lisebike. Das heißt, die arbeiten im Vorfeld eine Strategie aus. Was für Fahrradtypen brauchen die? Dann werden die verpflichtet. Im Prinzip steht der Tour de France-Kader schon im Dezember fest, weil die dann im Prinzip schon wissen, an Tag 6 wollen wir mit einer Relaisstation so und so attackieren. Und bei Boranskroh ist da ganz klar noch Nachholbedarf. Die haben halt eher nicht so eine Strategie, nachdem die dann Fahrrad verpflichten, sondern man verpflichtet halt einfach nur irgendwie große Namen, die verfügbar sind beziehungsweise nach deutschem Reisepass. Also wenn da irgendwie eine Strategie hinter steckt, dann kann ich die zumindest nicht wirklich erkennen. Und vielleicht wäre auch nur das einfach mal ganz gut, so ein Feedback von außen. Ich bin wirklich sehr großer Fan davon, dass die es geschafft haben, Dan Bigham, den Aerodynamik-Experten von Ineos, abzuwerben. Also das sind definitiv schon Schritte in die richtige Richtung. Aber man muss auch im Training besser werden, Ernährung besser werden. Ich verstehe nicht ganz, warum man aktuell ein weiß lackiertes Rad, also mit Zusatzgewicht Lackierung fährt und dann dunkelblaue Trikots. Die sind einfach in der Sonne wärmer. Temperaturmanagement ist aktuell ein Riesenthema im Radsport. Und man muss sich glaube ich auch mal ernsthaft hinterfragen, ob Specialized langfristig der richtige Partner ist. Also nicht, weil die schlechte Räder produzieren oder weil aus Imagegründen vielleicht ein deutscher Radhersteller, wenn man schon keine deutschen Fahrer hat, besser wäre, sondern wenn man wirklich ganz oben angreifen will und das heißt Tour de France, dann geht das nur mit allen Vorteilen, die man irgendwie finden kann. Das heißt auch inklusive Material und selbst wenn man dann halt irgendwie eine Idee hat und mit dem Hersteller zusammen da vielleicht irgendwas Neues entwickelt, dann wird es halt ganz schwer, wenn man da keinen Exklusivvertrag hat, einen Vorteil gegenüber Quickstep rauszuziehen, wenn die halt mit demselben Material unterwegs sind. Also eigentlich geht das nicht, dass die als wirkliches Top-Team mit dem gleichen Material unterwegs sind wie die direkte Konkurrenz. Also Stand jetzt als Mittelfeldteam ist das absolut okay und Boran Skor hat auch sowieso noch so viele Punkte, wo die auch außerhalb von dem Rad noch ja erst mal die Lücke schließen müssen zu den anderen wirklichen Top-Teams. Aber langfristig muss man ja dann noch irgendwelche Sachen finden, wo man dann noch besser wird als zum Beispiel Wismar-Lisebike. Und jetzt einfach mal nur so ein paar Ideen. In der Formel 1 wird unglaublich viel im Simulator gearbeitet, noch bevor die zum ersten Mal überhaupt mit dem Auto auf die Rennstrecke fahren. Und ich glaube, in so einem Punkt hätte der Radsport noch Möglichkeit, einen großen Schritt nach vorne zu machen. Insbesondere natürlich auch mit der Zusammenarbeit jetzt mit Repul. Kann man nicht zum Beispiel die rennentscheidenden Abfahrten der Tour de France ein Jahr lang im Vorfeld in einem Simulator regelmäßig immer wieder und wieder trainieren und dann halt auch in einem sicheren Umfeld da wirklich bis ins Limit rangehen und da sich ausprobieren. Also das wäre doch zum Beispiel ein super spannendes Projekt für RB, wenn die so eine Art Abfahrtsimulator mit auch Messung von Gewichtsverteilung, wenn man sich auf dem Rad nach rechts und links legt, Aerodynamik-Einfluss über Kamerasensoren, wenn ich den Kopf einziehe, werde ich in der Simulation schneller. Also abseits von Motor trainieren, man muss auch einfach vom Kopf schneller werden. Also ganz viele Rennen werden in einer Bruchteile von einer Sekunde entschieden. Da habe ich gar keine Zeit, über Funkverbindungen nochmal im Teamauto nochmal eine Anweisung einzuholen. und teilweise kommen die Fahrer im Rennen sowieso nur ein- oder zweimal im Jahr dazu, dass die überhaupt um den Sieg fahren würden. Das heißt, der Moment muss sitzen und ich glaube, da kann man auch wirklich sehr viel rausholen. Entweder halt durch so langweilige Schulungen, Videoanalysen, aber kann man solche Rennszenarien nicht vielleicht auch im Training mit einbauen, dass man wie mit Leibchen 3 gegen 4 diverse Situationen immer und immer wieder nachspielt, bis das dann quasi in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dann bekommt einer von denen vielleicht ein E-Bike als Unterstützung. Das heißt, der simuliert quasi einen stärkeren Konkurrenten und die anderen müssen halt einfach zusehen, wie die dann halt darauf mit einer Mannschaftstaktik geschlossen reagieren. Aber auch mit den ganzen Technik-Errungenschaften, da wird man im Ferne 1 gegen 1 wahrscheinlich Pogacar, Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel nicht schlagen können. Und dann halt die große Frage, hat man jetzt eine Strategie, wie man mit einer offensiven Fahrweise da irgendwas versucht, herausfordern kann als kleiner Underdog? Das heißt, Multikapitän-Strategie, Relaisstationen, ich habe das alles schon mal erwähnt, wenn man so vielleicht die großen Favoriten herausfordern und so vielleicht die Fans begeistern, das wäre ja ein Überraschungserfolg. Wenn ich genau sowas vorhabe, dann brauche ich vielleicht andere Verpflichtungen als die, die ich aktuell so sehe. Ich muss zu dem Thema, glaube ich, nochmal ein neues Video machen, so im Dezember rum, wenn wir dann auch den fertigen Kader sehen. Aber wenn ich die großen Teams auf Gesamtwertung herausfordern will über Relaisstationen, dann habe ich ganz spezielle Anforderungen, was ich da für Fahrertypen brauche. Und dann sehe ich aktuell eher, dass ein Schachmann, einen Chemner, einen Bob Jungels das Team verlässt. Und ich habe noch bislang keinen Neuzugang gesehen, der das jetzt irgendwie besser ausüben könnte. Aber was ich sehe, sind aktuell sehr viele Sprint-Schlacke-Fahrer. Das heißt zum Beispiel Mick Van Dijk, Tim Van Dijk, Lawrence Pitty. Und das sieht so ein bisschen danach aus, als will man viele Tagessiege dadurch auch wieder bei den Frühjahrsklassikern irgendwie aktiv sein. Das bringt mich aber in Sachen Gesamtwertung noch nicht nach vorne. Vielleicht ist da aber auch wirklich der Ansatz, einfach zu sagen, hey komm, wir nehmen diesen Podiumsplatz mit. Dafür brauche ich mit einem Primoz Roglic eigentlich gar keine besondere Strategie über Bonus-Sekunden-Sprinten gegen Evenepoel. Kann der auch so diesen Platz einholen? Wenn man sowieso nicht Erster werden will, sondern nur Zweiter, Dritter, dann brauche ich auch keine Mannschaft um den herum, sondern der fährt ja eh nur im Feld die ganze Zeit hinterher. Also quasi einfach nur im Windschatten von Pogacar so lang dranbleiben, wie es geht und dann wird man schon Zweiter. Und dann habe ich aber sehr viele Plätze frei im Team, um halt auf allen anderen Tagen auf Tagesstieg zu gehen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt die Strategie ist, die mich begeistern würde. Vielleicht schon irgendwie die Fans, wenn man einfach ja mehr Tagessiege reinholt. Also mehr als Null bei Giro und Tour wäre schon schön. Und das Ziel sieht auch wirklich sehr gut aus mit so vielen sprintstarken Fahrern, Überzahlsituationen im Finale. Also da kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Und vielleicht ist dann dieses große Ziel Tour de France Gesamtsieg, gäbe es Trikot, dann auch so weit in die Zukunft gesetzt, gar nicht mehr mit Roglic zu versuchen, sondern eher mit einem jungen Talent, dass man, wenn man eine vernünftige Nachwuchsabteilung aufgebaut hat, dann in 5, 6, 7 Jahren vielleicht erst findet. Also finden vielleicht schon ein bisschen schneller, aber bis der dann auch wirklich so siegfähig herangewachsen ist. Und dann haben wir halt noch das große Thema deutsche Fahrer. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie wichtig sind euch deutsche Fahrer im deutschen Team? Also wir haben aktuell noch Lipovitz, aber da will ich die Erwartung den Druck gar nicht zu hoch hängen. Und ansonsten sieht es aber auch schon sehr dünn aus, liegt aber auch ein bisschen mit da dran. Also nicht nur, dass man die Alten ein bisschen verkrault hat. Wir haben auch aktuell einfach ein Nachwuchsproblem in Deutschland. Und mir ist dann zumindest von der Vorgehensweise doch schon irgendwie lieber, man ist irgendwie erfolgreich dann halt mit internationalen Fahrern, die in die Strategie und ins Fahrerprofil passen, als wie in der Vergangenheit einfach, ja, gefühlt alle Fahrer mit einem deutschen Reisepass und die im Nachnamen mit der Endung Mann verpflichtet. Also wir sind jetzt hier irgendwie am Ende vom Video und ich bin auch ein bisschen ratlos. Wie wollen wir jetzt eigentlich hier verbleiben? Ich kann jetzt hier leider auch nicht in 5 Minuten mal gerade so das perfekte Konzept vorstellen. Ich wünsche mir auf jeden Fall für Radsport Deutschland, dass das hier, ja, was wird. Und vielleicht ist das hier einfach ein kleiner Beitrag mal offen anzusprechen, was ich nicht gut finde. Und das ist natürlich jetzt auch nur meine Wahrnehmung von außen. Ich habe je nach Situation in der Regel doch schon irgendwie immer so eine Idee im Kopf, wie ich das dann spielen würde. Und am Ende kann ich auch nicht viel mehr machen, als, ja, Bora meine Hilfe anzubieten, wenn sich da irgendjemand für meine Meinung, für meine Ideen interessiert. Und ansonsten gibt es halt vielleicht wieder die große Aufarbeitung in der Analyse-Ecke immer nach dem Rennen. Also aus der Sicht darf ich mich ja eigentlich gar nicht beschweren, wenn das nicht so rund läuft. Aber das soll es dann jetzt auch mal wirklich gewesen sein. Macht's gut!